Jetzt ist Zeit zum Handeln. Lebenswerter Wohnraum muss für alle, auch in den Städten, bezahlbar sein. Wohnungen sind zum Wohnen, nicht für Spekulationen da. Unsere Antwort auf Verdrängung und Miet-Explosionen ist sozialer Wohnungsbau, Mietendeckel und Stadtentwicklung mit dezentralen Infrastruktur. Dafür am 26. September Die Linke wählen. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt Die Linke.